so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge league of legends diesmal spiele ich talon ja immer noch pre-season natürlich das video wäre sonst davor gekommen oh man wieso geht meine maus aus ok ich muss mal kurz was ändern oh warte deswegen ok jetzt weiß ich wofür die taste ist jetzt weiß ich wofür man den roten rahmen aktivieren kann dass man aus dem windowed mode aus dem bild gehen kann und seine hand verschieben zum beispiel oder eine coole einen coolen visual effekt lassen wir sie mal pushen okay Warte mal, was habe ich überhaupt für Masteries dabei? Ah, ok. Das sollte passen, pass auf das, dass ich keine Cookies dabei habe. Noll. Für Yorick. Ok, gut gemacht, Katharina. Oh, wieso nicht? Ich habe Mega Up bekommen, weil sie nur den Assist hat, also sollte das passen. Das und das Ok, lass mal das Skorboard sortieren. Was regt mich sonst noch auf? So, die Gegner haben 2 mal Ignite. Interessant. Ich meine, wir haben es auch, aber bei uns hat es nicht der Support mitgenommen. Das ist mein Extraschaden. Das hat mir gerade so, wo hat die Recue hingeworfen, dass der Assist weggeflogen hat. Mit meiner passive Seite einfach nicht zu spaßen. Macht jetzt schon 123 Bonus Damage. Für den Orte, den ich nach der Queue mache. Hm. Wieso nicht. Nee. Das möchte aber auch nicht wirklich wenig Schaden. Das muss ich zugeben. Das muss ich zugeben. Ach, Mann. Was ist eigentlich der Ringer? Vor allem war er top. Aber. Ich nehme dich an, dass er noch top ist. Klar fliegt das dahin. Wieso sollte es auch nicht. Hm. Hm. Ich weiß nicht, was die Katarina vorhat. Tschüss. Gut gemacht. Danke, dass du mich nicht angreifst. Ich habe zwar keinen Flash mehr, aber mich interessiert das scheinbar nicht. Ich glaube, ich sollte mal den Sound ein bisschen höher stellen. Ist ein bisschen leise. Ich glaube, das hätte jetzt besser passen. Oh, Mann. So. Wo haben wir es denn? Das. Und. Das. Und. Danach kaufe ich mir. Das. Und danach kaufe ich mir. Das läuft schon ganz okay. Zwei eins. Wieso nicht. Fist. Schade. Botland verliert. Zu halb. Hm. Ist doch nicht so toll. Nicht unbedingt toll. Aber. Ich glaube, damit. Also. Da kann ich noch mehr mitmachen wie. Ne. Gefiederte Riven. Ja. Sehe ich nicht so. Dass du das einfach so machen darfst. Okay. Lell. Was hat die sich dabei gedacht? Oh. Oh du. Oh. 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 Sorry. Aber da kann ich echt nix mehr machen. Wow. Oh. Oh. Oh man. Oh man. Ich hab mit meinen Volt hier so ziemlich Ignite wieder. Das ist ja toll eigentlich. Okay. Ah, da ist er. Ich dachte ich wäre da runtergelaufen. Es ist so blöd gelaufen, dass ich meine Volt hier nicht mehr drauf bekommen habe. Weißt du das? Katharina fliegt. Ich hätte ja wenigstens noch ein bisschen Schaden machen können. Was war das? Was? Man. Einfach executed. Oh lord. Das war so schlecht, Mann. Wie ist der Tower der FD? Das war sowas von nicht Waffe. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab einen Gang. Ich weiß nicht. Wieso er das schreibt. Was ist das? Oh nein. Das ist auch noch ein Thresh. Okay. Meine Katharina ist weg. Ach, da ist er. Um. Um. Da ist kein Ring. Ich werde das nicht verhindern. Oh nein. Ich muss nicht mehr kompromisieren. Wie viel Schaden die einfach macht. Komm schon. Oh mein Gott, man. Klar waren die da zu dritt. Keine Ahnung, Mann. Man trau ist auch schon fast down. Ach, Mann. Vielleicht sind sie einfach zu dritt in der Mitte. Ich hab noch 20 Sekunden auf meinen Hextrinker. Okay. Ist okay. WTF? WTF? Junge. Einfach zweimal mich ganken, weißt? So toll. Oh Mann, der Duschen ist tot. So toll. So toll. Das war's für heute. Das war echt knapp, man. Mitte der Fon. Nein, Leg, please. Ich hasse das. Einfach zwischendrin mal kein Frame mehr. Weiß. Ihr seid so richtig toll. Vor allem, das passiert nicht mal beim Aufleben nur. Ich versteh's nicht. Ich versteh nicht mal, wodurch das passiert. Oh, Mann. Komm schon. Ich hätte wenigstens den Rengar noch töten können, vor allem. Aber nein. Meine Güte. Oh, komm schon. Das ist so ein Witz, Mann. Komm schon. Sie hört mich halt noch öfter. Wieso nicht? Wieso nicht? Meine Güte. Ich würde einfach gecampt werden, wenn man im Early die Länge bin. Und wenn ich Katrin im Early nichts kann. Das finde ich schon nett. Oh, komm schon. Ich wäre sogar fast weggekommen. Ach, Mann. Ich kann nicht mal was machen, bevor ich sterb. Toll. Richtig toll, Mann. Wie wär's mit... Nein. Ja, genau. Ich meine, ich war auch nicht wirklich gut. Aber trotzdem. Die haben mich halt richtig gecampt. Und dann am Schluss... Das ist so blöd. Da, ich hab sogar... Ich hab sogar fast mehr Schaden gemacht, wie die... Katharina. Sie hat nur mehr Schaden gemacht, weil sie einfach... Von dem... Ringer und der Riven gecampt wurde. Deswegen hat sie auch die vier Kills bekommen und dachte, das ist's. Junge. Wie so, ob der Yorick halt getätet war. Naja, egal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Und so. Jeez. Vielen Dank.